So, wir entscheiden uns mal für Downhill. Und schauen, was uns da erwartet. Sieht sehr ähnlich aus wie bei Black Ops 1. Die Kante, da war auch so eine Schnellstation. War das Black Ops 1? Ja, Teamausgleich. Gut. Downhill. In den Alpen. Sozusagen in Österreich. Oder Schweiz. Keine Gefangenen machen. Wir gewinnen diesen Kampf. Einer mal. Ja. Ihr Kleincamper, das mag ich an euch so. Schütze ausgeschaltet. Drohne steht bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Hunter Killer Drohne in Bereitschaft. Boah. Wo holt man denn hier Vorräte? Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt. Ja, sicher doch. Ja, wir wollen mal gucken, ob hier die Vorräte gut ankommen. Verbündete Vorräte unterwegs. Ich habe natürlich wieder eine schlechte Leitung. Ich war natürlich vorher der Host. Wächter in Bereitschaft. Auf die Beine! Okay, er brützelt. Bob. Fangback. Auch so ein bisschen Freizeitpark-mäßig, ja. Wir verlieren diesen Kampf. Willst du deinen Sold? Dann beweg dich! Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Wo kam er denn her? Ein bisschen spät gesehen. Feindliche Hunter Drohne könnte auf einer Leitung liegen. Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs. Ich bocke mich jetzt nicht so an die Map. So ein wildes hin und her gesporene. Zwei Stück, die nicht umfallen. Immer wichtig. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Wie ist das eigentlich, wenn man das Mapback nicht hat? Kann man dann die Waffe auch aufnehmen, oder? Und somit in den Genuss kommen dieser Waffe? Oder wie geht das dann? Oder können dann wirklich nur die, die Geld investiert haben, diese Waffe kaufen? Achtung! Feindliche Hunter Drohne ist aktiv. Oh, keine Waffe dabei. Durchlöchert! Ja, will ich auch mal behaupten. Abschuss bestätigt! Okay. Nicht gesehen. Feindliche Vorräte unterwegs. Brauche Deckung! Lade nach! Komm! Komm! Das ist nicht! Komm! Komm! Wir werden mal einfach. Ich schade! Komm! Komm! Jaaa, herrlich! Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Oh, mein Team ist aber nicht so prickelnd. 2 zu 14, naja, Kollege. Wenn ihr jetzt fragen würdet, ihr Junge, warum bist du so schlecht, dann würde er sagen, ich kenn die Welt nicht! Oh, das war nicht so intelligent. Ich hätte gedacht, ich hätte noch was drin im Magazin. Wir verlieren diesen Kampf. Also ich würde die Map unter das große Suchen stellen, aber... Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Jobshütze, runter! Schauen wir noch was kriegen. Fernlenkladung einsatzbereit. Ja, wer will denn sowas haben? Ja, ich war der letzte, leider, aber... 2 gegen 1 war ja auch nicht so fair. Schauen wir uns noch den Kill an? Ja, schauen wir uns noch an. Naja... Sag da mal nichts sonst, ne?